Liebe Klavierverliebte, ihr seht mich in meiner Wohnung, in meiner Studiowohnung, aus der ich gerade ausziehe. Und ich habe mich hier noch mal eingefunden, um mein letztes Mal das Zarenburg Piano, das ihr hier seht, in süßer Nostalgie zu bespielen für die Zeit, die ich in diesem Raum erlebt habe. Ich konnte, ja, eigentlich kann man sagen, alle großen Veränderungen in meinem Leben fanden in dieser Zeit statt, in der ich hier gewohnt habe. Ich konnte die Musik zum Beruf machen in diesen zehn Jahren und konnte mir ganz viele Träume erfüllen. Ich konnte durch ganz viel Höhen und durch ganz viel Tiefen wandern. Und irgendwie geht diese Zeit jetzt auch zu Ende mit diesem Auszug aus diesem Haus hier. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl. Und ja, deshalb jetzt ein ganz neuer Song, der genau aus diesem Moment, aus diesem Gefühl heraus, aus mir heraus floss, sozusagen. Viel Spaß! Gaseo! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020